Ich glaube, das war falsch. Das war nicht das Richtige, was sie hinaus wollte. Noch mehr Kohle. Gleich fehlt der Duder. Noch mehr Eisen. Jetzt geht's richtig ab hier. Fabi hat auch gerade überhaupt nicht gelegt. Ich raste aus. Ich finde den Weg nicht. Ich könnte weinen. Oh, da ist Eisen. Moment. Oh, jetzt leckt das. Naja. Ich hasse das. Kaum mache ich Fraps an, schon fängt Minecraft an zu lecken. Warum nutzt das denn gerade auf? Weil das ein absolutes Cave-Problem ist, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich fand da ja zu heulen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Ich mache einfach weiter. Ja, aber ich will auch im Kreis bereits auch kommen. Hopps. Da. Hopps. Hopps. Danke. Also mal kurz festzustellen, da ist Lava. Da unten geht's irgendwie lang. Da geht's lang. Dort geht's lang. Da hinten geht's lang. Da kam mal Erde runter. Da hinten war ich noch gar nicht. Da möchte ich auch noch mal hin. Ich war hier auch überall noch nicht. Ich puddel mich gerade quasi durch die ganze Map. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab hier auch ne Cave. Übelst durch die Gegend und weiß nicht wo. Oh nein, Wasser. Ist das... Ihr kriegt so kalt hier im Zimmer oder spür ich irgendwas? Also nur. Das ist bestimmt nur deine Einbildung. Das ist die Kälte in deinem Herz. Genau, das ist die Kälte, weil du mich nicht lieb hast. Sie dringt nach außen immer weiter. Ähm. Eisen! Ich krieg hier Eisen ohne Ende gerade. Ich hab mich verlaufen. Nicht runterfallen. Weine nicht, wenn der Regen fährt. Ich hab mich draußen. Ich hab mich draußen verlaufen. Hallo, Hilfe. Wurdel dich einfach nach oben, Len. Ja, lustig. Tralalalala. Ich muss auf, wenn ich nicht in Lava reinfalle. Ich bin gleich wieder da. Ein neuer Kaffee erwartet mich. Ach, bring mir einen mit. Okay. Lava, 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 Lava. Ich hab gleich keine Fackeln mehr. Ja. Da hoch könnte ich irgendwie. Ich hab hier so viel Kohle gefunden, aber ich hab kaum Holz dabei. Das ist das Problem. Und in der Höhle findest du kein Holz. Ach, echt? Ja, schade ist das. Noch mehr Kohle. Was geht denn hier ab, sag mal. Vor allem, weißt du, Minecraft kann ich ja total lagfrei spielen. Außer, ich nehme auf. Ja, das ist halt noch eine Doppelbelastung, wenn du dich frappst, ne? Ja. Ich hab mir schon was überlegt, wie ich das vielleicht wegkriege. Ich find's aber blöd, wie sie sich alle aufregen, mein Gott. Naja, wen's halt stirbt, als ich gucken. Ich kann da nichts dran machen. Ja, genau, du kannst da nichts dran machen. Entweder mögen sie deine Videos und gucken sie dann, oder sie lassen's einfach bleiben. Wir müssen doch keine dummen Kommentare schreiben. Ja, das geht mir auch ziemlich auf den Keks. Oh, hör auf. Du klingst wie ein Zombie, nur dass ich gerade auf Peaceful spiele. Warum spielst du auf Peaceful, du Pussy? Äh, weil ich hier gerade eine riesige Cave hab, die ich immer nicht ausgeleuchtet hab. Ey, ob sie jetzt durch die Zombies oder die Lava stirbt, das ist doch eh das. Ich spiel jetzt auch auf Peaceful, ganz ehrlich, weil ich hab wirklich Angst, dass ich auf, sie sehen, in eine Cave komme und da sind ganz viele Zombies drin. Arcus hat Angst. Leute, das, mal so, Arcus wird kein Let's Play von, äh, Minecraft machen, weil er nur auf Peaceful spielen kann, weil er Angst hat. Und ich hab schon wieder einen neuen Cave-Teil gefunden. Äh, aber warte, du nimmst das auf! Klar. Oh man, ich kann allgemein kein Let's Play von irgendwelchen Horrorspielen oder so machen. Ich bin viel zu ängstlich für so'n Scheiß. Horrorspiel. Minecraft, das Horrorspiel. Nein, aber das ist immer so aufregend für mich. Tobi? Tobi? Tobi. Tobi, hast du Schmerzen? Oh, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Jeder hat seine F... Er fängt gleich an zu weinen. Nein. Schade, hätte ich gern gesehen. Hast du ja noch nicht gesehen. Hm. Okay, da hoch. Ja, das sieht nach Ausgang aus. Ja, hoch, hoch, lauf, 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 lauf. Lauf, Bitch, lauf! Nein, da ist Wasser. Ich glaube, das ist doch kein Ausgang. Boah, ist das hier dunkel, ey. Das ist ja hier, du. Ich finde nie wieder zurück. Na, frag mal. Ich hab Hunger. Duftige gesagt, ich bin in dieser Cave gespawnt, als ich hab die Welt ganz lange nicht mehr gesp... Scheiße, nein! Wieso ist da Wasser? Ich wurde mal so lange weiter, aber ich weiß nicht mehr, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht. Sonst brutte ich mich einfach mal in die Richtung. Okay. Also, jetzt mach mal's amtlich, ich habe ein Problem. Und mach mal kurz einen Cut, weil ich wollte was probieren. Ich weiß nicht, was was gebracht hat. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mach, ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber, ähm, ich versuche jetzt, das Wasser hinzudämmen. Warum ist das jetzt alles so klein? Bin ich jetzt bescheuert? Was hab ich denn hier gemacht? Hallo? Was? Okay, ich frage nicht. Nein, das war ein Fehler. Was, liegst du wieder in der Lava, oder was? Nein, ich liege nicht in der Lava. Bisschen Sonnenbräune bekommen. Nein. Wie, Stein hab ich jetzt bitte schon im Inventar? Das ist ja gar nicht klar. Ich muss dringend mal abladen. Ha! Ja, ungefähr Cobblestone für 30 Jahre. Alles so schön. Ich brauch den Scheiß eigentlich nicht. Ich möchte hier eigentlich auch nur raus. Ich mach ne ganze Cobblestone, äh, Truhe. Ich brauch einen Ofen und ich brauch... Eimer. Vielleicht geht's da lang. Warum auch immer, dass da unten jetzt so klein ist. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt erstmal kurz raus aus meiner Cave, wenn ich denn raus finde. Ich hab hier keinen Bock mehr. Ha! Weg, Weg, Weg! Geht's hier lang? Natürlich nicht. Sackgasse. Und jetzt...